Tag heute, Universal Talent WordPress. Man hätte das Ganze eigentlich auch anders nennen können, die man WordPress am besten vergewaltigt, aber es hätte, glaube ich, nicht so gut auf den Sessionplan gepasst. Darum Universal Talent WordPress. Es geht um Bestellkommissionierung, Retournenmanagement und die Bestellaufnahme in einem Laden. Wer bin ich kurz? Man sieht mich hier. 2006 mache ich das mit WordPress. Ich habe immer so ein bisschen mit Automatisierung am Anfang noch bisschen Copy-Paste rumgehackt und mittlerweile 2010 verdiene ich mit meinem Geld. Und wir fangen direkt an mit Bestellkommissionierung. Ich würde sagen, wenn ihr Fragen habt, dann fragt einfach direkt, weil es kann sein, dass ich etwas vergesse zu erklären oder irgendetwas unklar ist, was für mich einleuchtend ist. Also erst dann Bestellkommissionierung. Was ist das überhaupt? Das ist der ganze Prozess, der stattfindet in einem Online-Shop, wenn eine Bestellung eintrifft bis zu dem Zeitpunkt, wenn die Bestellung an den Versanddienstleister übergeben wird, also DHL zum Beispiel. Und Kommissionierung, das ist das, was erledigt werden muss, damit der richtige Artikel in der richtigen Anzahl, in der richtigen Farbe, in der richtigen Größe, zum richtigen Zeit, am richtigen Ort, an den richtigen Kunden geschickt wird. Wenn man das Ganze zehnmal am Tag macht, kann man das noch automatisch machen, von Hand machen, das ist relativ simpel, doch ab einer bestimmten Bestellaufkommen wird es dann zu komplex und man muss sich irgendwas überlegen, okay, wie bilde ich das Ganze in einem IT-System ab? Und das war meine Aufgabe im Rahmen von einer Masterarbeit und dafür habe ich WordPress gewählt. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Ich habe da hier ein bisschen was mitgebracht, und zwar Obst und Gemüse. Das ist jetzt alles, ich stelle es mal hier hin, na, da sieht man mich nicht. Ich bin es hier hin. So, wo ist der iPod? So, wo ist der iPod? Da. Okay, ihr könnt jetzt jetzt sehen, was ich hier mache. Ach so, ja. Das ist ein iPod, das gebt ihr euren Lagermitarbeitern. Und das am Computer, das ist das, was das Backoffice sieht. Also, das ist quasi hier, ja, in Form von einem MDE, was direkt WordPress anspricht. Wir gehen es einfach mal durch und dann schauen wir uns an, wie das Ganze im Hintergrund funktioniert. Also, wir haben hier eine App, die heißt Pick. Picken ist der Prozess, wenn man durch das Lager läuft und die Ware einsammelt. Das machen wir jetzt einfach mal. Man muss das Ganze auch nicht erklären irgendwie dem Lagermitarbeiter. Man sagt einfach Pickliste abrufen, in unserem Fall Obst. Man entscheidet, wie viel man picken möchte und sagt jetzt 25 und fängt dann an, einfach hier anzufangen, zum Beispiel mit der Orange. So, in dem Moment, muss natürlich alles gerade sein hier, sagt man Artikel picken und bestätigt das Ganze. Und nicht erschrecken, das ist WordPress. Ist ein bisschen sehr umgebogen. Warum, weshalb und wie, zeige ich dann. Was ihr hier seht, das sind alle einkommenden Bestellungen. Also, stellt euch vor, ihr habt einen Online-Shop oder ihr habt zwei Online-Shops und ihr beginnt am Morgen eure Arbeit und seht, okay, diese Bestellungen sind alle eingetroffen und das Grün repräsentiert, okay, das wurde ja schon gepickt und wenn was rot ist, okay, Achtung, da müssen wir irgendwie aktiv werden. Und, ja, das ist jetzt hier die Übersicht von allen offenen Bestellungen. Dann haben wir noch ein Dashboard. Da sieht man, wie ist der aktuelle Fortschritt. Okay, 50 Prozent haben wir bereits gepickt. Ganz einfach, damit die Leute im Backoffice immer einen schönen Überblick haben. Okay, warum sollte man eigentlich dafür WordPress benutzen? Man könnte da jetzt viele Argumente erfinden oder wirklich auch finden dafür, aber in der Realität ist es so einfach, ich kannte mich damit am besten aus und habe gedacht, hey, man versucht es einfach mal, eine Bestellkommissionierung aufzubauen, wo WordPress im Hintergrund steht. Aber wir haben verschiedene Probleme natürlich, wenn wir uns für WordPress entscheiden als Backend. Zum Beispiel die Schnittstellen. Es gibt da natürlich jetzt schon was, also das ist Stand 2014, muss ich sagen. Ich habe 2014 geschaut, okay, was gibt es da für Schnittstellen, wie bekomme ich meine Daten aus WordPress auf die iPods. Da gab es damals diese WP-Rest-Schnittstelle, das waren Plug-In und auch noch zwei andere Plug-Ins. Die habe ich mir angeschaut, haben aber alle nicht so ganz funktioniert, weil ab einer bestimmten Komplexitätsstufe war dann Schluss. Also musste ich hergehen und sagen, okay, ich entwickle selbst eine Schnittstelle und das ist dann das, was dabei rausgekommen ist. Ich mache es mal ein Stück größer. Ihr habt hier rechts euren Online-Shop, in dem Fall Magento, das kann aber auch ein WordPress sein. Und das schickt in Form von einem JSON die ganzen Bestellungen an die Bestellabwicklung. Das macht das periodisch, in aller einer Minute. Und die Bestellabwicklung spricht dann mit den iPods oder iPads oder was auch immer und überträgt die Bestellungen und bildet quasi auch die Geschäfts-, also die Logik ab, die Kommissionier-Logik und die Endgeräte sind ja ziemlich dumm. Die Bilder werden zum Beispiel geladen. Also man kann sich ja Bilder anzeigen lassen von den Produkten noch einmal und die werden dann direkt aus dem Online-Shop gezogen. Das zweite Problem, was es gab, war die Performance. Also es ist so, wir müssen 50.000 Bestellungen innerhalb von 10 Sekunden als JSON ausgeben. Eine Bestellung ist ein Custom Post Type im Endeffekt. Und da wir auch die Offline-Funktionalität brauchen, also so die Lagermitarbeiter laufen durch das Lager und wir können nicht sicherstellen, dass es immer Internetempfang gibt. Also müssen wir alle Bestellungen vorher auf den iPod laden, um stets arbeiten zu können. Also die Anforderung war 50.000 Bestellungen in weniger als 10 Sekunden übertragen. Und es muss eine Möglichkeit geben, serialisierte Artikeldaten zu durchsuchen. Angenommen 1.000 Bestellungen in weniger als 2 Sekunden. Das braucht man dann, wenn man jetzt zum Beispiel einen Artikel hat und möchte, den an eine Bestellung zu ordnen. Da muss man natürlich suchen, okay, wo wird dieser Artikel zuerst gebraucht und darum muss ich im Endeffekt die Metadaten durchsuchen. Ich habe ein bisschen rumexperimentiert, wie man da immer so anfängt, ja, mit dem Shared Hosting. Es hat nicht funktioniert, also musste ich dann etwas anderes überlegen und bin auf Nginx umgestiegen. Ich denke, das ist richtig ausgesprochen, oder? Nginx. Naja, und zwar auf 2 Gigabit Memory Limit erhöht und das Tool in MySQL Tuner eingesetzt. Also das ist auch ziemlich hilfreich. Das heißt, wenn man sich mit Serveradministration nicht so auskennt, aber damit kommt man schon relativ weit. Dann ein Load-Test für Dummies, ja, gemacht. Ich habe mir einfach 6 iPods nebeneinander gelegt und gleichzeitig, ja, die 50.000 Bestellungen abgerufen und geschaut, was passiert und das hat funktioniert. Und damit war mein Load-Test beendet. Das ist relativ selten vorkommt, wenn das 6 Leute genau im selben Zeitpunkt alle Bestellungen abrufen. Ja? In dem Moment, wo du die Pickliste, die abrufst, wird die geblockt. Also wird einfach ein neues Metafeld erzeugt und dann mit dem Timestamp drin geblockt, sodass das dann nicht wieder ausgegeben wird an den Nächsten. Also für die Pickliste abrufen, brauchst du Internetzugang. Ist das eigentlich der 300.000? Nee, das sind 50.000. Das sind 50.000. Und die wurden parallel abgerufen. Ja? Okay, die 50.000, die braucht man jetzt zum Beispiel, wenn man Retouren bearbeitet. Dann ist es so, eine Retour kommt rein und es könnte sein, dass sie schon 99 Tage alt ist, weil in dem Fall man hat 100 Tage Rückgaberecht bei dem fiktiven Online-Shop. Und das ist so, dass ich dann alle Bestellungen der letzten 100 Tage auf dem iPod brauche. Dafür ist das. Ist gerade wenn ich die Pickliste abrufe, ist der Nachbauer an einzig? Und brauche ich den ständigen Verwürden? Nee, ich brauche keinen Internet mehr. Erst dann, wenn die Pickliste abgeschlossen wird, brauche ich wieder Internet. Ja, also das fand ich damals noch irgendwie, ja, beeindruckend, aber mittlerweile nicht mehr. In meinem Hintergrund ist ja einfach nur eine MySQL-Datenbank und da sollte es da keine Limits geben. Mittlerweile sind die Zahlen größer. Okay, das dritte Problem, die Benutzerfreundlichkeit. Ich war irgendwie gezwungen, die Oberfläche etwas benutzerfreundlicher zu gestalten, weil hätte ich das präsentiert, den Leuten, die im Online-Shop arbeiten, die hätten es nicht so recht gefunden, weil nicht jeder natürlich mit WordPress so sich da auskennt. Also musste ich mir überlegen, okay, ich muss es irgendwie runterbrechen und einfacher machen. Also alles unwichtige, ausblendende und auch oben rechts gibt es eine universelle Suchfunktion, weil das war immer so ein Problem, wo kann ich hier suchen eigentlich. Das heißt, oben rechts eine universelle Suchfunktion, die über alle Bestellungen sucht und auch über alle Metafelder. So sieht das Ganze dann aus. Das ist die Fächerübersicht. Also es gibt dann verschiedene Lagerfächer, wo die Bestellungen zwischengepuffert werden, wo die Artikel reingelegt werden. Und das ist dann einfach eine Übersicht, wo ich mir gesagt habe, okay, ich lasse mir alle Bestellungen ausgeben und man sieht, okay, grün muss ich nichts machen, gelb müsste ich vielleicht tätig werden und rot muss ich unbedingt tätig werden. Ein Tipp, oder womit ich lange gehadert habe, wo ich ein Problem hatte, es gibt nicht nur Bestellungen, sondern es gibt auch die Entität Retoure, Retoure, ja, was dann im Prinzip, es gibt eine Bestellung und dazu gibt es ein oder mehr Retouren und es gibt auch ein Lagerfach. Und es ist so, ich möchte von einer Retoure auf die Bestellung kommen. Bloß, wie mache ich das? Also diese Beziehung herzustellen, hat lange gedauert. Ich habe dann einfach immer über die Metadaten mir ein Query gemacht. Also suche mir die Bestellung raus, wo die Bestellnummer so und so ist. Das dauert aber zu lange. Das klappt, wenn man 1.000 Bestellungen hat, ist das okay, aber irgendwann wird es halt einfach unperformant und da habe ich dann halt geschaut, okay, da gibt es halt auch Plugins, die dann bestimmte Beziehungen herstellen zwischen Custom Posts, aber es war auch ganz einfach, man kann auch einfach die ID einer Bestellung in das Metafeld einer Retoure packen und so hat man auch ganz schnell die Beziehung hergestellt. Also das war was, was ich ein bisschen gebraucht habe, das herauszufinden. Meine erste Erkenntnis, das funktioniert seit zwei Jahren. Wir haben jetzt 100.000 Artikel damit verschickt und ja, keine Probleme. Das stellt jetzt auch niemanden mehr an Frage, ob man WordPress dafür benutzen könnte oder nicht. Und meine zweite Erkenntnis, dass die REST-AP noch zu beschränkt war. Also man hätte sie so weit anpassen müssen, dass sie nicht mehr updatefähig gewesen wäre und das wäre so viel Aufwand gewesen, dass ich gesagt habe, okay, man kann es direkt auch selber bauen. Müsste ich jetzt noch mal schauen, wie es jetzt ist. Zu dem Thema, wenn jemand da mehr dazu erfahren möchte, da gibt es auch ein bisschen was niedergeschrieben bei Amazon. Einfach nach Daniel Göbel suchen, da findet man das. Genau, gibt es zu dem Thema erst mal Fragen? Ich habe angefangen, habe alles in die Functions.php gepackt. Ist schlecht und ich bin dann dazu übergegangen, das Ganze als Plugin zu entwickeln und der Plugin-Fahrt war dann auch der API Endpoint. Also dementsprechend. Aber ja, per Rewrite wäre natürlich noch sauberer. Aber in dem Fall war das Plugin der API Endpoint. Eine Schlussfrage. Hast du irgendwelche Optimierungen vorgenommen, wenn du weißt, das ist ein API-Fall, zum Beispiel muss ich ja eigentlich gar keine E-Mails stanzieren oder kann ich ja vielleicht sowas wie Doing IACs sozusagen verwenden, statt da irgendwie erstmal durch den kompletten Zweck durchzulaufen? Hast du gar nicht gemacht? Und trotzdem bist du eben auf diese Ladezeiten unterlegen und hinterher um was gekommen? Ja. Was war denn? Was war denn? Was war denn? Was war denn? Ich habe, wenn ich mich recht erinnere, ein paar Actions rausgenommen. Aber, ja, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was es war, aber definitiv geschaut. Das Dashboard, das Dashboard, genau. Ich habe das Dashboard wieder auch insensiert und das habe ich vorher halt deregistriert und dann wieder das Dashboard, genau. Und dann im Case-Wide sind die Schaube und Magento auch aktiviert, dann sind die ganzen Online-Shops auch? Ja. Also die ganzen Online-Shops, die haben sich irgendwo auf eine gemeinsame Datenstruktur geeinigt. Also man sieht zum Beispiel, dass WooCommerce sich vielleicht sehr stark an Magento orientiert. hat, müsste man schauen, vielleicht die anderen. Aber man sieht da sehr große Schnittmengen, auch teilweise in der Bezeichnung der Felder. Von dem her kann man das für... Magento und WooCommerce. Aber prinzipiell ist es einfach ein Chasen, was man entweder pusht oder pullt und dann, genau. Den Picker kann man den auch aktiv pushen, also dass man jetzt auf eine Bestellung weiß, es ist nur ein Lagerplatz 1 bis 28 und bewegt, dass man genau diesen Picker die Bestellung pusht. Das heißt, den Picker pusht, das heißt ihm... Also, dass man halt den Auftrag, den anderen iPod, also weiß, dass jetzt diesen Auftrag könnte nur 1 bis 3 erfüllen, nicht die anderen 28 und sagt, du machst das jetzt. Nee, aktuell noch nicht, nee. Das ist dann auch so eine Überlegung gewesen, inwieweit möchte ich dem Picker Vorgaben machen. Zum Beispiel, dass man sich selbst raussuchen kann, wie viel möchte man jetzt picken, ist auch eine Sache, die man hätte vielleicht verhindern müssen, um die Effizienz zu steigern. Aber ich habe das gezielt so gemacht, damit derjenige entscheiden kann, okay, ich habe noch 10 Minuten bis zu meiner Pause, ich mache nur noch 10 Artikel. Natürlich, die höchste Effizienz hat man, wenn man jetzt 50, 100 Artikel auf einmal pickt. Die höchste Ersparnis der Laufwege. Ist möglich, ja. Also, in dem Case, man konnte sich entscheiden zwischen Obst und Gemüse. In der Realität wären das verschiedene Lager. Also, jetzt in dem Klamottenladen wären es Herren und Damen, zum Beispiel. Genau. Das kann der Picker sich aber selbst raussuchen. Also, es ist konfigurierbar, diese Filter, die man da macht. Das ist nativ. Das ist nativ. Das ist nativ. Als Web-Anwendung hätte es leider nicht funktioniert, wegen dem Barcode-Scannen. Der muss schnell sein. Das ist auch so, am Anfang, man hätte es hinbekommen als Web-Anwendung. Die Sache ist, das muss ganz schnell gehen. Und da geht es um Sekundenbruchteile. Sobald man zweimal hingeht und das iPod schon drehen muss, nervt das, wenn man das Ganze 100 Mal am Tag macht. Darum muss das sehr schnell sein und darum nativ. Genau. Wie hast du solche Probleme, wie die Klamotten-Klamotten-Authentifizierung, der bei uns gelöst? Erstmal gibt es eine Two-Factor-Authentifizierung. Ich habe festgestellt, das Plug-in, was geschrieben wurde, das ist von dem Frank Staude, der hier auch involviert ist. Genau, das ist das Erste. Das Zweite, es gibt eine ganz einfache HTTP, HTTP-Authentifizierung. Und das Dritte ist einfach halt mit Cookies. Okay. Also identifizierst du den Picker oder ist es ein Weg? Ich identifiziere den Picker. Der hat Benutzerkonten, die müssen im WordPress angelegt werden und er meldet sich dann mit seinem Benutzerkonto an. Okay. Er hat mir eine SMS und muss den Code eingeben. Genau. Plus, es ist IP-beschränkt. Also auf einem... Delizids-Netz. Genau. Nee, es ist kein delizides Netz. Das ist im Internet, auf einem Server. Ja. Aber die Geräte hängen ja in den WLAN oder sowas. Also die... Genau. Okay. Ja? Es steht jetzt richtig, dass es jetzt quasi ein Use-Case ist oder es ist gut auftrag, aber jetzt wäre erst vor kurzem ein Ausdruck zu vergeben. Noch nicht? Noch nicht. Also die Qualität, die wurde erst vor kurzem erreicht, dass ich sagen könnte, okay, man könnte das auch anderen. Es ist ja auch so, dass jedes... Jeder Online-Job ist anders aufgebaut. Man muss erst so eine gewisse Generalisierungsebene, eine gewisse Generalisierung erreichen, dass man sagen könnte, okay, man gibt das an andere auch heraus. Darum. Okay. Würde ich sagen, machen wir im nächsten Thema weiter, das Retourenmanagement. Was müssen wir unter Retourenmanagement verstehen? Retourenmanagement hat in diesem Fall nichts mit einem Online-Shop zu tun, sondern wirklich mit einem Laden, mit einem richtigen Shop in der Stadt. Und die haben wir das Problem, zum Beispiel, ihr kauft euch eine Hose und die Hose ist defekt nach einem Jahr und ihr geht hin und möchtet sie reklamieren. Das heißt, ihr geht mit eurer Hose in den Shop, ihr kriegt eine neue Hose und die Hose bleibt natürlich dann im Laden. Und was macht dann der Laden mit den ganzen Hosen? Natürlich, er versucht sie natürlich dann dem Lieferanten zuzuschicken, der die Hose wieder ersetzt oder eine Gutschrift dafür erstellt. In der Realität sieht das dann Ganze so aus. Also es gibt unzählig viele Lieferanten, bei denen sich auch ständig die E-Mail-Adressen ändern. Es gibt natürlich, wenn man jetzt so einen Klamottenladen hat, der hat 100 verschiedene Hersteller. Das heißt, es gibt 100 Lieferanten, dazu ganz viele defekte Ware und auch Gutschriften, die man überwachen muss, ob sie jetzt schon eingetroffen sind oder nicht. Und dann liegt es in der Natur der Sache, dass auch mal was vergessen wird. Man könnte das natürlich mit Excel lösen, aber es hat nicht funktioniert. Also musste ich mir auch irgendwie ein IT-System überlegen, was natürlich dann gewisse Schnittmengen hat, auch mit der Bestellabwicklung, die wir gerade gesehen haben. Also das erste Problem, das war komplex, 1000 Artikel, 100 Lieferanten, die Effizienz gering und es gab viele Arbeitsschritte. Also, die erste Lösung, wir brauchen erstmal wieder ein Dashboard. Dashboards sind immer ganz toll für die Leute, die was zu entscheiden haben und auch Farben sind noch viel besser. Und was man hier sieht, diese einzelnen Kästchen, die Farbe verändert sich, je nachdem, wie hoch der Betrag ist. Wir sehen uns da 100 Euro, das ist grün, alles was höher ist, wird rot. Das ist so die letzte Iterationsstufe von einem Dashboard, die ich jetzt so gemacht habe. Außerdem brauchen wir Farben. Das ist jetzt hier die Postlist im WP-Admin und wir sehen nicht nur die Kästchen, sondern auch die hinten, man sieht es weniger gut, aber auch die Hintergrundfarben der einzelnen Zeilen passt sich an, sodass man weiß, okay, das ist grün, da muss ich nicht tätig werden, das ist rot, hier muss ich langsam tätig werden oder das ist gelb. Die dritte Lösung, kurze Wege. Also ich habe direkt Buttons, mit denen man jetzt zum Beispiel sagen kann, okay, ich möchte die Frist verlängern oder ich möchte die Rhetore zum Versand freigeben, gleich in die Liste eingesetzt, ohne dass man den Post öffnen muss, weil da hat sich herausgestellt, dass es einfach zu aufwendig ist. Darum rechts die Buttons. Das zweite Problem, es gibt viele Felder und viele Informationen und die muss man irgendwie abbilden. So, das ist die, auch die Admin-Ansicht von dem Custom Post Rhetore. Ich habe hier das Plug-in Advanced Custom Fields eingesetzt und auch ein bisschen noch den WP-Admin mit CSS angepasst, damit er noch ein bisschen übersichtlicher wird. Ich versuche mal ein Stück dran zu zoomen. Okay. Hier oben sieht man den Fortschrittsbalken. Hier oben sind die Aktionsfelder, die Aktionsbutton, die man durchführen muss. Der wichtigste ist immer grün. Hier hat man, super, hier hat man die Möglichkeit direkt E-Mails zu schicken, aus der Admin-Ansicht heraus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir lassen es lieber. Ja, also das Advanced Custom Field hat sich da, es sei nützlich herausgestellt. Rechts unten ist vielleicht noch interessant, das sind die Kommentare zu jedem Post. Das habe ich ein bisschen missbraucht als Transaktions-Log, also alle Transaktionen, die geschehen sind und alle E-Mails tauchen da auch auf. Das dritte Problem, das waren externe Genehmigungen. Also es läuft so ab, man meldet eine Rhetore mit allen Artikeln beim Lieferanten an und der muss diese Rhetore genehmigen. Einfach kurz sagen, ist okay, schickt sie uns zu, hier habt ihr das DHL-Etikett, wir warten darauf. Und dieser ganze Genehmigungsprozess, der findet normalerweise über E-Mails statt oder über Telefon. Und es wäre natürlich schön, wenn es da einen großen Knopf geben würde in der E-Mail genehmigen. Und das habe ich genau versucht, hier zu realisieren. Links seht ihr die E-Mail, es ist egal, was drin steht, aber ihr seht, da ist ein großer blauer Knopf, der heißt genehmigen. Auf diesen Knopf drückt er drauf und hat dann direkt die Möglichkeit, die Rhetore zu genehmigen, ohne jemals eine E-Mail schreiben zu müssen. Genau. Gibt es hierzu Sicherheitsfragen? Stellen sich dabei jemand die Nackenhaare auf? Ja, also das ist mit einer Nonse gelöst. Genau. So, dass wirklich nur das Ganze einmal angeklickt werden kann und nur über den Link in der E-Mail die Rhetore genehmigt werden kann. Okay. Erstmal ein kurzes Zwischenfazit. Zwischenfazit meine Erkenntnisse und Wünsche. Ihr habt gesehen, es ging jetzt viel um Workflows und Arbeitsprozesse abzubilden und um automatisieren. Das klappt gut, aber ist ein bisschen verzwickt mit WordPress. Der Grund dafür ist, dass sich dieser Standard-Workflow, der in dem Core eingebaut ist, also dass Posts als Draft abgespeichert werden können oder als Pending oder Publish, dass der sich oft noch mit einmischt. Und das ist halt eine Sache, die kann man nicht deaktivieren. Vielleicht möchte ich es gar nicht haben. Vielleicht gibt es keinen Draft. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, das direkt zu deaktivieren, sondern halt immer nachhinein den Post dann wieder, also den Post-Status wieder zurückzusetzen. Das sind noch so ein paar Sachen, ja. Die nicht so schön sind. Okay. Aufnahme von Kundenbestellung im Laden. Das dritte Thema ist es so, ihr geht in den Laden, sag ich mal, in den Schuhgeschäft und eure Größe ist nicht mehr da. Da ist es normalerweise so, dass diejenigen an den Computer gehen und da in der Warenwirtschaft die Bestellung eingeben und ihr dann vielleicht benachrichtigt werdet, wenn die Bestellung da ist oder vielleicht auch nicht. Die Lösung, die es da so gibt, die sind alle nicht so ganz sexy. Und wie ihr rechts seht und rechts und links, das ist so der Laden, in dem das eingesetzt wird und die haben so ein gewisses Image. Das heißt, da gibt es iPads und da muss es einfach eine schöne Lösung für geben. Das heißt, das erste Problem, es muss, ja, sexy sein und schnell. Und das, was man hier unten sieht, das sind dann so die Lösungen, die man angeboten bekommt, wenn man fragt, was habt ihr für Kundenbestellungen. Das ist dann halt in Windows Mobile 6.5 mit so einem Gerät, was 1000 Euro kostet und ohne SMS-Benachrichtigungen nichts. Also habe ich gedacht, ja, okay, nehmen wir einfach dieses Ninja-Form und bilden das Formular da ab. Ist ja nichts Kompliziertes dabei im Endeffekt. Nur ein bisschen Logik dahinter, dass Felder eingeblendet werden, wenn jemand per SMS benachrichtigt wird, dass man auch die Mobilfunknummer abfragt zum Beispiel. Das zweite Problem, Kundenbenachrichtigungen. Also es ist so, wir müssen die Möglichkeit haben, direkt SMS aus WordPress heraus schicken zu können oder E-Mails, damit der Kunde stets informiert ist. Ja, also, jetzt ist dein Stud da, hol ihn ab oder wir brauchen noch 14 Tage Entschuldigung oder er ist nicht mehr lieferbar, aber wir haben eine Alternative für dich. Das sind so halt die drei Cases, die anfallen. Also einfach Knopf reingesetzt in die WP-Admin-List und dahinter ein SMS-Gate, wie angesprochen. Ziemlich simpel. Also links die Knöpfe und rechts seht ihr dann auch noch den Benachrichtigungsverlauf. Das dritte Problem war, den Workflow abzubilden. Wir haben im Prinzip vier Akteure. Der erste ist der Verkauf, einfach die Leute, die im Laden arbeiten, der Einkauf, die im Büro sitzen und dann den Artikel nachbestellen, das Lager, die dann überwachen, okay, ist der Artikel angekommen und die Kasse, die dann letztendlich den Artikel dem Kunden verkauft. Das sind die vier Akteure und die müssen allesamt mit dem System arbeiten. Und es gibt Fristen. Also wir wollen eine Kundenbestellung auch gezielt da durchdrücken, sodass der Kunde halt nie warten muss. Und dafür gibt es eine Lösung und da können wir uns einfach jetzt mal das in der Demo anschauen, indem wir jetzt einfach mal so eine Kundenbestellung aufnehmen. Okay. Ihr seht hier ein iPad. Okay. Das ist jetzt noch nicht WordPress. Das ist jetzt eine ganz normale PHP-Seite ohne großartigen Framework dahinter, die alle Artikel-Attribute dann WordPress übergibt, welches dann das in die Ninja-Forms einfügt. Wir zeigen es einfach mal. Ich brauche kurz eine Artikelnummer. Okay. Das war meine Telefonnummer. Für alle die Leute, die sie haben wollen. dann wählt es sich hier die Größe aus, die ich bestellen möchte. Wir sagen jetzt eine M und klickt hier auf diesen Button und in dem Moment öffnet sich WordPress und alle Felder sind vorausgefüllt. Und das ist natürlich eine große Zeitersparnis, wenn man im Laden ist. Es muss alles schnell gehen. Da möchte der Kunde jetzt nicht warten. Warten Sie, ich muss die Artikelnummer abtippen, ich muss den Namen, die Farbe abgeben, sondern abtippen. Es wird alles automatisch eingefügt. Also, wir fügen uns nur noch unseren Namen hier ein. Daniel. Oh, es schreibt nicht mehr. So ist das. Ich würde es gerne vorführen. Aber aus irgendeinem Grund. Okay. Waren wir zum Browser. Und noch meine Mobilfunknummer. Jetzt brauchen wir die. Okay. Hier sieht man jetzt direkt, dass wir eine SMS verschickt haben an den Kunden, weil es kommt ganz oft vor, dass man im Eifer des Gefechts einfach einen Tippfehler macht, die die Nummer falsch übernimmt. Weiter. Hier gibt man noch seine Personalnummer ein. Sagt absenden. Okay. Schauen wir uns die Bestellung mal an. Das ist die oberste, 17 Uhr 4. Ja. Okay. Und wir stellen uns jetzt vor, wir werden der Einkauf, also die Person, die das jetzt beim Lieferanten bestellen muss. Er geht her und sagt, okay, ich habe noch 10 Tage Zeit. Das ist eigentlich noch viel, aber ich mache es jetzt trotzdem schon. Gehe her und sage, wurde bestellt. In dem Moment ist die Bestellung auf Warte, auf Lieferung gegangen und wir sehen sie hier. Und das ist jetzt der Punkt, wo der nächste Akteur ins Spiel kommt, das Lager. Das schaut einfach, ob der Artikel eingetroffen ist und wenn es so ist, sagt der Beleg drucken und die Bestellung öffnet sich quasi als Post, in der Post.php und die dann ausgedruckt werden und dieser Laufzettel wird jetzt an die Kasse gelegt. Fertig und an Kasse. So und damit sind wir auch verkauft und haben die ganze Kundenbestellung abgeschlossen. Das ist halt so ein Prozess und den kann man da ganz gut durchlaufen und das hat jetzt auch schon gut funktioniert seit zwei Jahren. Das ist ein Prozess. Mhm. Aber trotzdem kann er ja nicht an anderen Kundenverkauf werden. Das heißt, es gibt jetzt die Möglichkeit, dieses Antikus zurückzusetzen und zu sagen, ich habe jetzt hier mit dem Warenhaus jetzt sozusagen verarmt. Weil wenn jetzt ein Kunde kommt, wirst du ja jetzt nicht wissen, ob der Waren ist am Rappen-Sport. Der Waren-Sport hat sich dann angehört. Genau. Es gibt eine gewisse Frist. die wird dem Kunden so kommuniziert. Das sind 14 Tage, in der er den Artikel abzuholen hat. Intern ist das ein bisschen länger. Wenn er nach 15 Tagen kommt, möchte man nicht sagen dem Kunden, okay, er ist schon weg. Und danach ist der Artikel wieder freigegeben. Nee. Müsste man dann von Hand machen. Das steht auf dem Laufzettel drauf. Die Kontaktdaten müsste man von Hand anrufen. Aber da sind dann so Einzelfälle, die nicht so oft vorkommen und darum macht es dann auch keinen Sinn, das jetzt abzubilden als Funktion. das erste Erkenntnis, das funktioniert auch problemlos. Und ja, damit sind wir durch. Haben wir jetzt noch Fragen? Generelle. Meine Telefonnummer habt ihr jetzt alle, ne? Generelle Frage zum zweiten Kaffee-Titel des Video-Managements. Da hattest du mehr in den Screenshots, wo tatsächlich von den Retouren Fotos gemacht wurden, an denen tatsächlich die im anderen zu verdeutlichen. Und dann die Bilder nicht an oder auf den Kunden an den Namen. Sind diese Bilder dann auch im WordPress abgelegt? Falls ja, das ist wahrscheinlich nicht beim Media-Upload geklisiert. Die Bilder werden ganz einfach als BAS64, also auf dem iPod schon auf bestimmte Dimensionen runtergesetzt, untergerechnet, dann als JPEG und dann als BAS64 und dann ganz einfach per Post in einem JSON ein WordPress geschickt. Das heißt also du hast ja wie gut Formulat wo die neue Retouren eingehen kann und da kann man eben die Bilder wegnehmen? Ja. Genau. Also die Bilder kann man erfassen und ja. Bei? Generell oder? Für Bestellabwicklung, für Retourenmanagement oder für die Kundenbestellungen? Das größte Problem sind die Prozesse. Das ist das größte Problem. Ja, das ist das größte Problem und dann die Menschen damit nicht zu überrennen. Man kann sicherlich es noch viel besser machen, aber muss man halt schrittweise machen. Aber das war so für mich das größte Problem und technisch gab es eigentlich keine großen Probleme außer Fehler aus denen man dann gelernt hat. Ja? Ja? Genau. Ja. Nee. Also ich habe einfach mitgearbeitet, ich habe angefangen Kisten zu packen und habe das dann quasi so mitbekommen und dann halt schrittweise. Genau. Ich habe angefangen wirklich Kisten dort zu packen und dann später halt erst im Laufe der Zeit dazu übergegangen. Ja? Es gibt nichts Gutes. Also es hört sich blöd an, es gibt, es gibt, es gibt was, ist aber einfach eine Kosten-Nutzen-Frage. Es gibt so gewisse Softwarelösungen aus München, die kosten 50.000. Also das ist dann halt und da ist man dann darin festgehalten. Das war halt der Grund. Ja. Ja. Es war eine Masterarbeit, genau. Ja, aber man hat natürlich vorher geschaut, was gibt es. Also entweder das ist nicht zu finden im Internet oder es ist zu finden und ich habe gesagt, das ist schlecht. So. Ja. Oder es ist zu komplex oder es ist gut oder es ist gut, aber es ist zu komplex und oft braucht man so eine komplexen Sachen dann gar nicht. Ja. Aktuell ja noch. Fragen zu den Ableiten hinzu. Sondern ja bei dem Einzug gegen auch im Magento-Shop gerne ohne Grund würde es auch so weit gehen, wenn man sich nicht so was mit WordPress drin muss mitnehmen kann. In der nächsten anderen Versuch ist auch wieder ein Magento-Shop mit WordPress zu besuchen und was das macht. Okay, es sind drei Fragen. Die erste, ob ich wieder so entscheiden würde, ja. Ich würde es weiterhin in WordPress machen, aber vielleicht ist die Entscheidung und es war ja eine andere. Ich hatte Angst, dass es halt nicht performant bleibt, auch jetzt nicht nur die Arbeit mit den iPods, die Schnittstellen, sondern auch die Oberfläche von WordPress, die Admin-Oberfläche. Aber da gibt es halt so ein paar gewisse Tricks, die man da, was man beachten sollte. Und dann bleibt das Ganze auch performant und da spricht für mich nichts dagegen. Aber vielleicht finde ich was Besseres und dann würde man wechseln. Genau. Und die zweite Frage, ob man Magento ablösen könnte durch einen WooCommerce, die Fragestellung hatte ich auch. Also ich habe jetzt einen Online-Shop gebaut, einen Markenshop für Frauen-Jeans, komplett auf WooCommerce und es funktioniert. Also meines Erachtens ist es sogar einfacher für die Leute, die damit arbeiten müssen. Ja, also ich sehe nichts, was... Hose mit Herz. Kann man sich anschauen. Genau. Da gibt es eigentlich nichts, was dagegen spricht, außer, dass, sobald man ein Update macht, zum Beispiel bei WooCommerce und es ist nicht sichergestellt, dass danach alles wieder funktioniert. Also wir haben ein Beispiel, es wurde ein Attribut hinzugefügt eines Produktes und das Fehlen des Attributs hat dazu geführt, dass der Artikel gar nicht mehr angezeigt wurde. Also es sind halt so Sachen dabei, die... Man merkt, dass noch viel noch viel im Gange ist und viel gebaut wird. Nee. Also jetzt ganz unüberlegt würde ich aus dem Bauch heraus sagen, nein. Nee. Glaube ich nicht. Nein. Glaube ich nicht. Ja. Da fällt jetzt zwar kein Argument ein, aber... Ja. Ja. Es fängt schon bei ganz Basic-Sachen an, zum Beispiel, dass die Bestellnummer oder die Rechnungsnummer die Post-ID ist. Da muss man erstmal jeder Buchhaltung erklären, ja, sie ist fortlaufend, aber hat halt Sprünge von 1000. Weiß ich ja auch andere... Ja. Im Bild ist auch eine Post-ID und damit hat eine Bestellung zum nächsten dann einen Sprung von 300... Ja. So eine Sachen, die eigentlich gar nicht gehen. Thema Buchhaltung ist da bei den Systemen, du legst jetzt das auch in Dativ-Schnittstelle mit, weil es gibt, es muss ja werden Buchhaltungsschützer gegeben, die dann eingängig ausgelegt haben und ein stückweit auch mit kompletteren von Proben sehen. Das heißt, mit dann automatisch und direkt an Dativ. Genau. Und Dativ oder an die Warenwirtschaft, genau. Also jetzt bei den WooCommerce-Shops sind das dann die Bestellung und die Kundendaten, was übergeben wird. Genau. Ja? Was war die Wordpress-Persion, auf der du das Projekt abgeschlossen hast und wie lange hast du insgesamt oder ein dieser Teile kam es und es war eigentlich schon also die Bestellabwicklung, das war das, was wirklich sechs Monate gedauert hat und das war Wordpress 4.1 damals noch. 4.1 aber ganz einfach, weil da habe ich halt erst viel gelernt damit. Dann die Retourenverwaltung, das hat zwei Monate gedauert, aber da habe ich auch wieder sehr viel gelernt und darum würde ich jetzt die Bestellabwicklung nochmal neu machen mit den Erkenntnissen, die ich aus der Retourenverwaltung habe. aber ich denke so, ja, zwischen zwei und sechs Monaten. Aber nicht Vollzeit. Ja. Genau. Gut. Jetzt keine Fragen mehr. Dann können wir jetzt alle zur Community Party gehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020